Wir sind Vakon! Der Heim Vakon! Wir sagen nicht, was wir denken. Wir kriegen nicht, was wir wollen. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Dabei haben wir Regen. Wir rufen nicht an nach 22 Uhr. Wir schmeißen nur Flaschen ins Altglas. Keine Thronkorn! Wir rufen nicht an. Wenn überhaupt nicht an. Auf die Eichhund!